Mian, ich bin's wieder, Keizunai Hara, hier mit meinem Let's Play von Tohomon Insane. Und wir erinnern uns, wir haben den Anfang gestartet, ich hab mir meinen ersten Tohokara ausgesucht und mit dem haben wir, ja, ziemlich stark hochgelevelt und haben es durch den dummen, dummen Irrgartenwald geschafft. So, kleines Statement, wie es um meine lieben Schatzis aussieht. Meine Marissa, die ich zu Anfang gewählt habe, zwischen drei Tohokaras, ist jetzt Level 35. Ich bin so stolz auf dich, meine kleine Marijan. Ich bin so stolz auf dich. Ja, was kannst du so schönes? Sternenschauer, Dingsbums, Bodycheck, Takedown, Thunderbolt, Donnerblitz und Steelraub. So, bei den anderen. Bei meiner Alice ist nichts Neues. Kann immer noch Eis, beziehungsweise Scheißbeam, Aurabeam, Aurorastrahl, was jetzt eine Unlichtattacke ist. Ach ja, Artful Ass. Entspricht wahrscheinlich ungefähr der Eierbombe. Weiß ich aber auch nicht. Ich hab's... Hab ich's ausprobiert? Ich weiß es gar nicht mehr. Leck mich doch. So, kleine Überraschung für mich. Star Saphir ist jetzt eine Ex. Ja, sie hat sich, glaube ich, mit Level 30 zur Ex entwickelt. Die Sache, weshalb ich so überrascht bin, von den anderen Tohomon-Hex bin ich's gewöhnt, dass Star Saphir sich mit einem Wasserstein zur Ex-Form entwickelt. Deshalb bin ich überrascht, dass es durch Level-Anstieg geschafft ist. Meine Fresse. Und eine weitere hat sich entwickelt. Nämlich meine Yukari ist jetzt Normalform und kein Chibi mehr. Vor allem mag ich den Gesichtsausdruck. Ich find der Gesichtsausdruck von Yukari zu geil. Wie hat Shadow es passend beschrieben? Sie macht ein Gesicht nach dem Motto, boah, alter, lass mich bloß in Ruhe. Schön. So, ähm... Ja, soweit wäre es das. Ich könnte jetzt einfach mal hier die Arena herausfordern. Oder, was ich auf jeden Fall machen werde, jetzt der Stelle, mir dieses Museum angucken. Wer weiß, was es da für schöne Sachen gibt. It's for Charles Tickets. Ja. Like to come? Ja. Bitteschön. Habt ihr was? Money gegeben. Bones of the Dragon. Uh. Rare Dragon. Okay. Da haben die Sprites wohl immer noch nicht geändert. Das sieht für mich immer noch mehr aus wie ein Aerodaktyl. Und das ist immer noch ein Kaputops. Äh. Pfff. Das hat die aber nicht geändert. Junge. Du, derjenige, der diesen Hack gemacht hat. Und das hat sich geändert. Running a Space. Ah. Schön. Moonstone, huh? Hättest du wohl gern. Matureite that fell on Yukai Mountain. Might be a Moonstone. Humankind first set foot on the moon that day. Ja. Da hat sich auch nichts geändert. And Space Shuttle Guy. Wieso willst du eine TV haben? TV hat nichts drauf. Na okay, wenn du unbedingt eine TV haben willst. Aber ich rate dir davon ab. Nimm lieber Raisin. Ähm. Dingsbums. Habe ich noch irgendetwas nicht erkundet? Nein. Na ja. Ähm. What? Ist das Aya? Och ne. Nein. Do you want to dream big? Do you dare to dream of becoming a Grandmaster? I'm no puppeteer. But I can advise you on how to win. Let me take you to the top. Ich könnte jetzt aus Spaß no-trick. Irgendwann hat das Motto. Ich will keine Hilfe von dir. The first puppet out of the match is at last of the puppet list. Äh. Mädchen, hast du mich versorgt? Grenz-debil. Das weiß ich doch. Ich hasse Aya. Meine Frasse, das weiß ich doch. Winner ist Karen. Buh. Oh, guck. Da ist die Denshi. So. Was bist du für einer? Da haben sie ja auch nicht geändert. Nur den Namen. Tchiii. Och wie süß. Level 25. Ist ja ganz toll. Ähm. Ähm. Was machen wir mit dir? Tu mal Swiften. Setz Swiffer ein. Och nee. Ach du bist ja eine Bitch. Aber seriously. Eine Bitch. Frisches Wasser. Thank you very much. Und English lernen ist Quatsch. Au. I hate you. Ähm. Super Potion. Hey. Lass das. Du Bitch. Hm. Okay. Spüre den Zorn meiner Ex da. Du wolltest es nicht anders? Oh mein Gott. Deine Letty. Ex-Letty. Äh. 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 Yukari. Wow. Das Sprite sieht ja geil aus. Das ist ein ganz anderer Sprite als von den anderen Games. Boah. Sieht richtig geil aus. Ähm. Autsch. Äh. Hallo. Jetzt will ich mich verarscht. What? Ach. Leck mich doch. Letty. Du bist scheiße. Oh jetzt kann ja auch noch Erzbeben. Was ist denn das? Okay. Du willst es nicht anders. Ähm. Also Letty war Eis und Gestein. So wie ich mich erinnere. Oh Gottchen. Gottchen. Ähm. Hallo. Aura Beam. Och nee. Nicht schon wieder diese Scheiße. Fick dich Letty. Du bist scheiße. Wobei ich mich jetzt frage. Oh. Hm. Zeig wenigstens etwas Wirkung. Uh. Wer hätte. Jawohl. Gut gemacht. Du hast uns alle gerettet. Du bist klasse. Ja toll. Und jetzt muss ich mich wieder heilen. Damit ich fit bin für Tenshi. Gott. Wie ich mich mal so gar nicht auf diesen Kampf freue. Ich bin immer noch überrascht, dass man hier Blattsteine kaufen kann. Okay. What the heck. Äh. Ja. Super Potion bleibt mir ja nix anderes. Sybrisch. Alter. Damit dürfte es doch getan sein. Okay. Okay. Äh. Da 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 da. Let's save'n. Vor dem Ganzen. Wichtig. Könnte ja immer wieder sein, dass irgendetwas passiert. Bla. Okay. Bevor es dann zum Gefecht mit Tenshi geht, kurze Pause und dann geht's weiter. See ya guys.